Oh, ich kann es kaum erwarten, reinzukommen. Bitte sehr, dein Ticket. Juhu, du kannst reingehen. Endlich, eine Wasserbamme. Wow, wer ist der Nächste? Ich. Nicht so schnell. Du kannst dann nicht rein. Hey. Ja, für die Light ist es nicht erlaubt. Auf keinen Fall. Lass los, ich muss rein. Was für eine Loserin. Ich bin die Nächste. Ups, danke. Das ist so unfair. Tschumchick, damit hast du nicht gerechnet, was? Und jetzt hau ab. Oh nein, lauf. Ah, mein Schwimmring. Was hat sie damit gemacht? So, viel besser. Tschumchick, schau. Wir können unseren eigenen Wasserpark bauen. Ich bin dabei, los geht's. Ich liebe diese Stimmung. Haus? Willkommen zurück, hier ist deine Fernbedienung. Jetzt wollen wir unseren Pool bauen. Tschumchick. Wow. Cool. Schau. Wie können sie es wagen? Wow. So cool. Ich gehe zuerst rein. Warte. Dafür sind wir nicht hier. Oder bist du jetzt bei ihnen? Hoppi, beruhige dich. Okay. Du bist so schlau. Es ist toll geworden. Das kriegen wir schon hin. Mal sehen, wie ihr Pool das aushält. Ich hab's. Oh, nicht weinen, Süße. Wenn du willst, kann ich dir beim Bau helfen. Tschumchick. Juhu, es hat geklappt. Danke, Dock Day. Du hast uns beim ersten Schritt geholfen. Ich glaube, ich habe den ersten Sprung verdient. Wow. So erfrischend. Oh, nicht spritzen. Ups. Bist du zu nass geworden? Ich habe eine Idee. Wow. Weißt du, wir haben auch Trennbände. Setze sie zusammen. Tschumchick. Perfekt. Delight, kannst du mir helfen? Natürlich. Jetzt nicht bewegen. Ich muss deinen Umriss nachzeichnen. Cool. Erledigt. Du bist ein Naturtalent. Danke. Jetzt lass uns unsere Umkleidekabine fertig machen. Oh, vielleicht sollten wir sie schärfen. Tschumchick. Wow, so scharf. Kja, schneide dich nur nicht. Ah. Oh, ich kann nicht. Ah. Mach dich bereit. Ah. Ich dachte, es würde schneller gehen. Ich bin bereit. Ja. Wow. Sei vorsichtig, Süße. Cool. Hallo alle zusammen. Wie ist das Wasser? Gefällt euch mein Outfit? So sommerlich. Oh, was ist das? Puh. Wow. Ich habe es. Ich habe eine Idee. Tumchick. Duck Day. So cool. Das ist noch nicht alles. Jetzt hat unser Pool ein Outfit. Ist das nicht süß? Aber weißt du, wir können es besser machen. Was ist das hinter deinem Ohr? Tumchick. Wow. Super. Du bist so schlau. Das ist besser. So süß. Oh. Schau. Ein Flummi. Wollen wir damit spielen? Dann fang ihn. Wow. Oh. Dann nehme ich einen Snack. Hm. Wo ist der Apfel? Wow. Ein schwebender Tisch. Leute, wollen wir spielen? Seid ihr dabei? Wir können die meisten Bleistifte werfen. Entscheide dich, in welchem Becher. Tumchick. Orange. Super. Das ist für dich. Danke, Baby. Fangen wir an. Tumchick. Ich hab's. Na, na, na. Du siehst zu glücklich aus. Jetzt wird dir das Lachen vergehen. Ups. Falsch. Dein Tisch ist in Schwierigkeiten. Sink auf den Boden. Warte. Da stimmt was nicht. Njom, njom, njom. Wer bist du denn jetzt ohne Bleistifte? Nimm das. Dein Wasserpack wird nicht lange halten. Oh nein. Der Pool ist undicht. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung. Aber wie ist das passiert? Schau. Ich habe es repariert. Keine Sorge. Packen wir es an. Leute, wir brauchen wirklich eure Hilfe. Bitte like das Video, damit wir das Loch im Pool flicken können. Ja. Gib uns ein Like. Oh oh. Wir hoffen wirklich, dass du uns helfen wirst. Bitte. Ich danke dir. Wieder so gut wie neu. Juhu. Wir haben es geschafft. Alles dank dir. Oh oh. Moment mal. Hallo. Willst du ein Surfbrett kaufen? Oh. Ich hätte nichts dagegen. Für 10 Dollar. Warte einen Moment. So naiv. Die Preise steigen wie verrückt. Hier. Ich habe es gefunden. Ist das alles? Hier steht 1000 Dollar. Aber das ist zu viel. Ich wusste es. Kein Surfbrett für dich. Oh, gefunden. Aber was machst du da? Kaufst du es also? Nein. Vielleicht dieses Surfbrett? Es ist ein sehr gutes. Oh ja. Das gefällt mir besser. Lass es mich dir zeigen. Eine tolle Balance. Der beste Deal. Du hast mich überzeugt. Ich nehme es. Hier, bitte sehr. Jetzt gehört es dir. Warum nimmst du es nicht? Warum hast du es kaputt gemacht? Es war so toll. Oh, vielleicht die letzte Option? Ich zeig's dir. Nur ein paar Kratzer. Was sagst du? Einfach perfekt. Abgemacht. Und vergiss dein Logo nicht. Genieß deinen Kauf. Danke. Auf Wiedersehen. Sie hat es gar nicht bemerkt. Hey, wurde hier etwas geschrieben? Loserin. Was für ein schlechter Scherz. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich hab's. Ich habe auch eine Sprühdose. Tschumschick. Jetzt gefällt es mir noch besser. So stylisch. Süße. Müsst ihr leid. Schau, was ich habe. Schau, was ich gefunden habe. So cool. Danke, Dog Day. Jetzt wird unser Wasserpack einen Rettungsschwimmer haben. Und hier ist etwas für deinen Arm. Schlaue, Dog Day. Nimm den anderen. Danke. Wow. Es ist so schön geworden. Wie wär's mit einem Apfel? Aber zuerst eine kleine Aufwärmphase. Tschumschick. Ich hab's. Schätzchen. Lass mich ihn verzieren. Schau, wie schön. Ein Cocktail? Wow. Mit Vergnügen. So hell. Oh, danke, Süße. Uff. So heiß. Ich hatte auch nichts gegen einen Cocktail. Oh nein. Ah. Das tut so gut. Bring sie raus. Danke. Super. Ich bin bald wieder da. Sieh an, sieh an. Da sind sie ja. Welchen Schirm soll ich nehmen? Der hier sieht gut aus. Ich glaube, es wird dir gefallen. Tschumschick. Oh, mach dir keine Hoffnungen. Hier ist ein Fenster mit Aussicht. Oh nein. Was ist passiert? Wer hat das getan? Warte doch mal. Da ist noch jemand. Worüber lacht sie denn? Schon gut. Ich werde dich nicht stören. Okay. Dieser Schirm ist auch schön. Nein. Perfekt. Oh. Oh je. Tschumschick. Lass mich dir helfen. Oh, du bist so süß. Oh, schon wieder dieses süße Pärchen. So süß. Meine Zeit ist gekommen. Nimm das. Ah. Das ist ein Orkan. Kidnap. Halt dich fest. Oh nein. Sieht aus, als würde er mich wegpusten. Hilfe. Ich hab dich. Das wird dir helfen. Halt dich fest, Schatz. Juhu. Du hast mich wieder gerätet. Danke. Hier. Du bist die Beste. Oh, das ist ganz schön schwer. Ich warte auf dich. Tschüss. Wow. So cool. Hallo, Delay. Schau. Oh Süße. Was für ein cooles Spielzeug. Es ist für dich. Danke. Lass es uns aufhängen. Oh wow. Jetzt ist es noch besser. Juhu. Wunderbar. Sind wir nicht toll? Wir müssen hier verschwinden. Du hättest in meinen Wasserpark gehen sollen. Lass los. So ein Fiesling. Gut gemacht. Gib mir fünf. Duck Day. Was ist los? Wer war das? Oh, du bist zu fürsorglich. Duck Day. Schau, was ich habe. Einen Knochen. Ich komme ja schon. Nein. Duck Day. Das ist eine Falle. Danke. Das wirst du mir büßen. Ja, Hoppy. Das hättest du wohl gern. Willst du spielen? Eine tolle Idee. Aber erst bauen wir das Netz auf. Ich glaube, ich kann helfen. Geschafft. Dann fange ich an. Turn check. Wow. Du bist gut. Lass uns das Spiel schwieriger machen. Perfekt. Versuche, die Bälle ins Wasser zu bekommen. Toll. Ich fange an. Ich habe es auch getan. Jetzt tue dir leid. Okay. Schau zu und lerne. Meine Zeit ist gekommen. Nimm das. Ah. Ups. Das war seltsam. Jetzt bin ich dran. Tschüss. So viel Spaß. Glückwunsch. Du hast gewonnen. Eine Karotte? Schon wieder Hoppys-Tricks? Oh, ich muss los. Wo ist sie schon wieder hin? Oh, ich bin ganz nass. Schon viel besser, was? Ich hoffe, sie ist hier. Äh. Mein Wasserpark, den braucht doch keiner mehr. Dir leid? Oh, komm zu uns. Ich habe Besseres zu tun. Bitte, das ist für dich. Was? Ich bin nicht obdachlos. Oh, du Arme. Was willst du? Hobby, ich will dir helfen. Ist ja gut. Oh, ein Kunde. Komm in unseren Wasserpark. Was? Warum sollte ich das brauchen? Nimm es zurück. Oh. Keiner will in meinen Wasserpark gehen. Bitte weine nicht. Ich habe etwas für dich. Komm in unseren Wasserpark. Du bist dort immer willkommen. Wirklich? Los geht's. Komm schon. Okay. Hallo alle zusammen. So komisch. Keine Sorge, jetzt ist Hobby unser Freund. Lass mich dir ein Spiel zeigen. Nur einen Moment. Noch eine Falle? Vertrau ihr. Nimm das. Oh, ist es nicht das, was du denkst? Willst du es? Nein, danke. Wie du willst. Ich zeige es dir. Jetzt fädelst du die Schnur durch das Loch. Perfekt. Fast fertig. Bereit für den Versuch? Na klar. Schau. Sieht aus, als hätten sie Spaß. Zeit, alle in den Wasserpark einzuladen. Was für ein cooles Spiel. Wow. Ich bin die Erste. Bitte, kommt rein. Ich bin im coolsten Wasserpark. Lass uns spielen. So viele Leute. Cool. Toll. Sie hat das alles gebaut. Ich? Hipp, Hipp, Hurra. Danke. Kluges Mädchen. Schatz, ich will nicht warten. Heirate mich. Oh, Catnap. Das ist so süß. Komm mit mir. Willst du mich heiraten? Bist du bereit? Ich erkläre euch jetzt zum Mann und Frau. Wow. Endlich ist dieser Tag gekommen. Und ich habe darauf gewartet, Schatz. Es ist so süß. Ja. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Und hier ist ein Hochzeitsgeschenk von Poppy Playground. Erstaunlich. Erstaunlich. Was hast du für uns vorbereitet? Hey. Wow. Ich habe schon immer von einer glücklichen Familie geträumt. Baby, davon haben wir auch geträumt. Jetzt gehörst du zur Familie. Juhu. Ich bin so glücklich. Fang. Es gehört mir. Ich habe es zuerst gesehen. Willkommen. Es ist so cool hier. Ich will so sein wie du. Fangen wir mit dem Schminken an. Natürlich Sonnenschein. Oh. Es geht nicht auf. Ich verspreche, dass ich mir etwas einfallen lasse. Oh ja. Es gibt einen Weg. Einen Streitkolben. Tschuck, schick. Wow. Es hat geklappt. Das war einfach. Und jetzt lass uns mit dem Make-up weitermachen. Steh gerade. Mama wird alles machen. Das ist noch nicht alles. Lächle. Gefällt dir das? Wow. Siehst genau wie du. Nur deine Haare sind anders. Ich weiß, wie man das repariert. Es geht nicht. Und die Haare stehen auf der Liste. Dann lass uns an die Arbeit gehen. Was ist das denn? Lass uns gemeinsam eine Frisur für dich aussuchen. Was magst du? Ich muss nachdenken. Nimm die hier. Die wird dir stehen. Okay. Dann die hier. Lass mal sehen. Ah, was ist los? Warte, Papa, ich weiß, was ich auswählen soll. Die hier. Das hier. Gut, Baby. Zeig sie uns. Es hat geklappt. Schliess, Mädchen. Und jetzt probier die an. Wow, die gefällt mir wirklich. Was für ein süßes Ding. Und es steht dir wirklich. Einfach perfekt. Ja, natürlich. Oh, ich muss los. Langweile dich nicht. Kannst du dem Baby mit dem Rock helfen? Klar, Schatz. Vielleicht sehen wir uns den Kleiderschrank an. Schau mal, was haben wir denn da? Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Warte mal, ich finde den besten. So cool. Autsch. Das tat weh. Wir kommen später darauf zurück. Wir brauchen einen Rock. Wow. Das ist eine Kettensäge. Und was ist damit? Aber wozu brauchen wir die? Ist das nicht cool? Ja, genug herumgealbert. Und hier ist es. Ich glaube, das wird ein toller Rock. Schauen wir mal. Ich glaube, er ist zu groß. Und was sollen wir jetzt tun? Hm. Ich habe eine Idee. Da kommt die Kettensäge gerade recht. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Keine Sorge, wirf sie einfach. Okay, fangen sie. Zum Schick. Und, was haben wir? Gut gemacht, Papa. Guten Morgen, Klasse. Mama? Entschuldigung, Misty Light. Das ist ein Irrtum. Oh, du meinst das hier? Ist es gerade jetzt? Nein, das ist falsch. Äh, dann vielleicht so? Wieder falsch. Und sie bestrafen sie mich nicht. Nein. In jedem Wort steckt ein Fehler. Das ist nicht gut. Und jetzt setz dich hin. Puh. Ich dachte schon, es würde schlimmer werden. Hast du alles bekommen? Geh an deinen Schreibtisch. Nein, nein, nein. Nicht rennen. Gehen. Klar? Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Oh, oh. Ich bin wieder da. Was ist hier los? Hallo, Mama. Schau dir meinen Rock an. Wow. Das hast du toll gemacht. Und ich habe eine Überraschung für dich. Ich zeige sie dir. Hier. Und was ist das? Hm. Sieht aus wie ein Malbuch. Ich glaube, ich habe es. Hoppy. Grüner Salat. Huhn. Gelb. Und wo sind die anderen Farben? Hoppla. Tut mir leid, Schatz. Toll. Mama. Das ist rosa. Was für ein schlaues Mädchen. Und hier ist dein Preis. Cool. Danke. Du hast sie dir verdient. Hm. Was sollen wir hinzufügen? Ein Hemd? Vielleicht können wir hier etwas finden. Ich habe einen ganzen Haufen Hemden. Wie wäre es mit diesem hier? Hehe. So lustig. Stimmt's, Mama? Das klappt nicht. Na gut. Versuchen wir es mit einem anderen. Oh, genau das, was wir brauchen. Na gut. Wieder daneben. Was ist mit dem hier? Nein. Papa. Schatz, wir brauchen dasselbe. Okay. Ich hab's. Schau genau wie bei dir. Schumschick. Wow. Es ist einfach perfekt. Oh. Ich will denselben Apfel. Hä. Kein Problem. Aber zuerst musst du ihn erreichen. Geh durch das Labyrinth und hol dir deinen Apfel. Hm. Ich glaube, das schaffe ich schon. Welchen soll ich wählen? Nur der Rote hat den Apfel erreicht, also muss ich Dockday wählen. Wow. Du bist so schlau. Das ist die richtige Antwort. Und hier ist deine Belohnung. Jetzt können wir auch einen Apfel für dich machen. Schneide zuerst die Form eines Apfels aus rotem Foamiran aus. Genau. Ich finde, es ist toll geworden. Jetzt der letzte Schliff. Ein Blatt und ein Zweig. Schatz, kannst du mir helfen? Natürlich. Heißklebepistole. Vielen Dank. Du bist so süß. Jetzt lass uns alle Teile zusammensetzen. Einfach perfekt. Der Apfel ist fertig. Wunderbar. Aber wir können ihn noch besser machen. Wie wäre es mit etwas rotem Glitzer? Nur ein paar Prisen und unser Apfel glänzt wie ein Diamant. Wow. Äh? Schatz, was ist mit der Spitze? Ausgezeichnet. Schirmtick. Na, was sagst du, Baby? Ich finde, es ist toll geworden. Willst du es anprobieren? Cool. Ich liebe es. Ich danke dir. Wow. Es geht dir so gut. Du siehst umwerfend aus. Oh oh. Ich scheine mich zu verspäten. Ich bin gleich wieder da. Oh, was ist denn hier los? Ha. Jetzt habe ich das Sagen. Alle bekommen Sechsen. Huggy. Ist dir leid? Das ist nicht dein Platz. Oh, tut mir leid. Ich werde es nicht wieder tun. Und jetzt geh an die Tafel. Das ist so gruselig. Okay. Ich habe eine Aufgabe für dich. Zeichne ein Haus mit einer Linie. Na gut. Ich werde es versuchen. Etwa so? Falsch. Eine Sechs. Das ist unmöglich. Na gut. Ich zeige es dir nur einmal. Denk dran. Na und? Wow. Du bist so cool. Du bist so cool. Hallo Mama. Hey Huggy. Oh, ich glaube ich habe Hunger. Ich will essen. Ich habe es. Schauen wir mal, was wir haben. Lecker. Willst du auch was? Nein. Ich bin doch keine Katze. Das ist lecker. Na ja, okay. Wie wäre es mit Milch? Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Die Gitt. Was für ein wählerischer Esser. Okay. Es gibt noch Pizza. Und wie isst man sie? Woohoo. Pizza. Stopp. Wasch dir erst die Hände. Okay. Mach ich. Und jetzt darf ich? Meine Hände sind sauber. Ausgezeichnet. Guten Appetit, Baby. Woohoo. Mh, lecker. Vielen Dank. So ist es gut. Njom, njom, njom. Puh. Ich bin so satt. Und es ist ein Röpser. Sieh zu und lerne. Oh. Ich werde müde. Oh nein, Baby. Schlaf nicht ein. Was habe ich nur getan? Nicht das. Ich muss sie aufwecken. Sofort. Oh nein. Zu spät. Allein schaffe ich das nicht. Genau. Das sollte sie aufwecken. Schneller. Wach auf, Baby. Was ist mit dem Ding los? Vielleicht ist der Sauerstoff ausgegangen. Aha. Um ihn aufzufüllen, brauchen wir Likes. Leute, ich brauche wirklich eure Hilfe. Nur mit euren Likes kann ich das Baby aufwecken. Bitte. Noch mehr Klicks, bitte. Eure Likes könnten entscheidend sein. Bitte hilf. Toll. Wir haben es fast geschafft. Ich habe so gut geschlafen. Oh nein. Was ist hier passiert? Oh. Gar nichts. Baby, geht's dir gut? Ja, ich bin nur so müde. Hm. Du musst müde sein. Ganz genau. Wo dich aus, Baby? Sie ist einfach ein Engel. Schlaf, Liebes. Ach. Oh. Wo kommt denn das ganze Fell her? Schatz, bist du schon wieder im Fellwechsel? Das juckt so. Oh. Ich glaube, das ist sogar für mich toll. Lass uns das ganze Fell vom Sofa aufsammeln. Catnap. Genug. Aber Schatz, ich kann nichts dagegen tun. Okay. Und wie soll ich mich jetzt kratzen? Ich komme nicht dran. Lass mich dir helfen, Schatz. Oh. Gar nicht mal schlecht. Sogar schön. Und du hast dir Sorgen gemacht. Du hast so viel Fell. Wow, ich fühle mich wie neu. Danke, Schatz. Übrigens, der Streitkolben. Ich glaube, es ist an der Zeit, noch einen für das Baby zu machen. Er steht auf der Liste. Du hast absolut recht. Perfekt. Schauen wir mal, was wir haben. Wunderschön. Aber der Hammer ist zu leicht. Hey, sei vorsichtig. Was für ein lustiger Kratzer. Nicht das, was wir brauchen. Ah, lass uns mehr versuchen. Ich zeige dir echtes Kung-Fu. Ein Huhn? Autsch. Ist er. Wow, endlich. Mein erster Streitkolben. Schatz? Äh, und wie soll ich den anheben? Liebe, es ist fertig. Lass es fallen. Ich glaube, wir können das Baby jetzt aufwecken. Ah, guten Morgen. Schatz. Papa und ich haben etwas für dich vorbereitet. Aber zuerst musst du dieses Spiel gewinnen. Hä, das wird ein Kinderspiel. Nimm das, Hagi. Hehe. Du solltest auch unter die Erde gehen. Und der Letzte. Was für ein kluges Mädchen. Schüttle jetzt den Streitkolben. So? Wow, cool. Ihr seht so toll zusammen aus. Und noch etwas. Oh, wo ist Mama hin? Puh. Mama? Hehe. Du bist so witzig. Lass es uns mit Papa versuchen. Es ist Zeit für mich zur Arbeit zu gehen. Ich habe noch so viel vor mir. Ich glaube, ich bin fertig. Klopf, klopf. Ach. Puh. Aha. Du hast mich erschreckt. Haha. Ist sie nicht schlau? Oh, ich bin schon spät dran. Ich muss los. Habt einen schönen Tag, Mädels. Sieht aus, als hätte ich es geschafft. So ein Mist. Das geht so nicht. Das kommt hier hin. Perfekt. Alles an seinem Platz. Alarm. Oh nein, nicht das. Was? Keine Liebe in meinem Laden? Kuh. Oh. Ich fühle mich nicht so gut. Hm. Wo bin ich? Oh nein. Lass mich raus. Hehe. Du wirst noch lange hierbleiben. Oh nein. Du wirst hier sein. Bist du so wirst wie ich. Oh nein. Was für ein Albtraum. Was für ein Albtraum. Setz dich und sei still. Dieb. Hey. Was ist das? Hm. Ich habe dir gesagt, du sollst still sein. Ich frage mich, was das ist. Eine Anleitung, wie man zu Catnap wird? Wow. Jetzt kann ich definitiv aussteigen. Aber ich will die Frozen-Version. Einfach toll. Also lass uns keine Zeit verlieren. Wo soll ich anfangen? Mal sehen, was da ist. Perfekt. Wir können mit dem Schminken anfangen. Das ist meine Lieblingsfarbe. Jetzt sehe ich mir wie eine Katze aus. Als nächstes haben wir die Lidschatten. Ja. Einfach wunderschön. Jetzt lasst uns alles verblenden. Was denkt ihr, Leute? Mögt ihr es? Oh. Ich habe etwas vergessen. Lass mich. Genau das, was wir brauchen. Schwarze Augen. Genau wie die von Catnap. Wow. So schön. Der erste Punkt ist geschafft. Cool. Aber ich habe kein Kostüm. Ich habe eine Idee. Genau. Ich muss es nur erreichen. Wirklich, nein? Hey Elsa. Lass mich helfen. Zum Tick. Oh. Jetzt kriege ich ihn bestimmt. Na und? Versuchen wir es. Das sollte funktionieren. Ich habe ihn gefangen. Wow. Wow. Na, da bist du ja. Das klappt nicht. Zum Tick. Na toll. Jetzt werde ich mir einen schicken Anzug machen. Nähe den Stoff. Oh. So weich. Das gefällt mir. Hm? Was ist das? Schnurr. Miau. Oh. Er ist ein Akrobat. Hast du das gesehen? Hey Catnap. Versuch das mal. Was? Funny. Wow. Das ist ein Massagegerät. Lass es uns ausprobieren. Oh. Ich bin im Himmel. Da bin ich aber froh. Oh. Ich trage immer noch meine alten Schuhe. Ich muss sie reparieren. Brauchst du meine Hilfe? Benutze Magie. Danke für den Tipp. Chum chum chick. Hm. Immer noch nicht das, was ich brauche. Ich hoffe, das lässt sich beheben. Chum chum chick. Entferne den Überschuss und voila. Hey. Was ist denn mit dem los? Putzzeit. Geh raus. Junge Dame. Wuhu. Ich bin frei. Du kommst mit mir. Wenn ich zurückkomme, muss alles funkeln. Und denk nicht daran, wegzulaufen. Hier bist du sicher. Du kannst anfangen. Tschüss. Tschüss. Vielleicht hat er einen Scherz gemacht. Ich werde hier noch ewig putzen müssen. Wie kannst du ein Zimmer in diesen Zustand bringen? Oh. Das hat also so sehr gestunken. Sieht aus, als hätte ich keine Wahl. Oh, das ist zu schwer. Oh. Ein Fotoalbum. Wow. Wie süß. So ein nettes Kätzchen. Ich kann nicht. Oh. Wie süß. Hey. Das kann ich gebrauchen. Ich hebe es mir für bessere Zeiten auf. Toll. Bist du immer noch einmal herumalbern? Ich habe dir gesagt, du sollst aufräumen. Zurück in den Käfig. Ciao, ciao. Du bleibst hier sitzen. Du warst so süß. Okay. Es ist an der Zeit, das zu benutzen, was ich gefunden habe. Warte mal kurz. Du denkst, du bist eine Prinzessin? Nimm die Krone ab. Haha. Was soll ich jetzt anziehen? Mal sehen. Genau. Eine Schneeflocke. Ich weiß. Da kommst du gerade recht. Es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Los, Schere. Ja. Schön. Was soll ich hinzufügen? Monster. Vielleicht hilft das? Eisglitzer. Nimm es. Danke, Olaf. Du hast mir so sehr geholfen. Mal sehen, was passiert. Wow. Unglaublich. Tumschick. Was für eine Schönheit. Hey, du. Es ist Zeit für ein bisschen Spaß. Wie wäre es mit einem kleinen Spiel? Ich will das nicht. Na ja. Was ist schon so schwer? Wirf einfach den Ball. Und der Preis ist deine Krone. Ich stimme zu. Toll. Fang ihn. Ja. Wenn du die Hypotenuse des Winkels nimmst, bin ich bereit. Ziele auf die Pins. Tumschick. Wow. Ups. Hey. Das ist nicht fair. Versuch's noch einmal. Diesmal werde ich auf jeden Fall zuschlagen. Hey, Katnep. Sieh mal. Was? Ich hole sie. Ich habe sie fast. Ich wusste, dass es klappt. Jetzt ist es an der Zeit, die Krone zurückzuerobern. Tumschick. Wow. Ich habe gewonnen. Unmöglich. Du hast geschummelt. Oh. Er ist zurück. Hey. Gib mir meine Krone zurück. Okay. Ich glaube, es funktioniert. Kommt schon, meine Freunde. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Jetzt brauchst du noch Angelschnur und Perl. Tumschick. Tumschick. Ich könnte sie gebrauchen. Tumschick. 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 Eiskraut. Tumschick. Oh. Du kleine Socker, auch du kannst nicht helfen. Komm schon. Oh. Olaf? Ich bin ein Magier und ein Zauberer. Tumschick. Was? Wow. Coole Broten. Kein Problem. So toll. Oh. Fehlende Finger. Ich glaube, ich kann das reparieren. Warte. Ich sollte nachdenken. Genau. Schneeflocken. Was noch? Kane, kannst du helfen? Ich brauche Krallen. Okay, dann teile sie. Jump trick. Wow, wie viel. Danke, Kumpel. Jetzt können wir unsere Handschuhe verzieren. Einfach toll. Ich habe es herausgefunden. Wir müssen sie schärfen. Jetzt ist es toll. Du kannst es anprobieren. Jump trick. Perfekt. Lasst uns die Klebepistole benutzen. Geschafft. Jetzt sind meine Pfoten nicht nur weich, sondern auch gefährlich. Herrlich. Sieht so aus, als wäre noch ein Kopf übrig. Wie kriege ich ihn? Oh. Sieht so aus, als könnten wir gehen. Vielleicht ist hier etwas. Sieht so aus, als ob er kommt. Es scheint keiner da zu sein. Ich kann spielen. Du bist so cool. Ich würde den ganzen Tag mit dir spielen. So süß. Oh. Mein Ball. Nur das nicht. Wo ist er hin? Komm zurück. Ich glaube, er ist weg. Der Weg ist frei. Oh. Genau das, was wir brauchen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Lass uns dich entwürgen. Jetzt muss ich auch ein Wirt werden. Es ist Zeit, sich an Omas Lektionen zu erinnern. Stricken. Masche für Masche. Und ich mache das toll. Fertig. Wir können es anprobieren. Die Krone muss abgenommen werden. Was für ein cooles Ding. Einfach toll. Mit einer Krone wird es noch besser sein. Ich bin einfach unwiderstehlich. Ich kann es nicht glauben. Jetzt bin ich frei catnapt. Bin so geworden wie du. Also hau ab. Oh, jetzt. Wer bist du denn ohne Krone? Du hast versagt. Nicht das. Was soll ich tun? Oh nein. Ciao, ciao. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Oh. Es ist Zeit für einen Snack. Und hier ist das Mittagessen. Was würde ich ohne ihn tun? Ich muss los. Es ist niemand da. Wir sind da. Wo bin ich? Willkommen in meiner Höhle und ich werde dich fressen. Bitte nicht. Du hast recht. Wir müssen dich salzen. Was? Wo ist das Salz? Oh. Ich muss mich irgendwo verstecken. Oh. Ich hoffe, er findet mich nicht. Ich sehe nichts. Wo ist das Mädchen hin? Vielleicht ist sie ja hier. Lass es uns jetzt checken. Nimm das. Und wieder und wieder. Was ist denn da los? Das muss ich mir ansehen. Armes Huhn. Was soll ich tun? Was haben wir denn da? Wow. Ein goldenes Ei. Njam, njam, njam. Ich muss auf den richtigen Moment warten. Oh. Es scheint abgelaufen zu sein. Oh nein. Ich glaube, ich habe Glück. Hoffentlich merkt er es nicht. Oh. Jetzt geht es mir besser. Das muss ich filmen. Das muss ich filmen. Was ist das? Hab ich dich. Jetzt kannst du nicht mehr entkommen. Schau nur, kleiner Paparazzi. Das wird nicht funktionieren. Sollen wir sie auch machen? Oh. Ein Ball. Willst du spielen? Fang ihn. Ich habe ihn gefangen. Er ist so süß. Puh, das war knapp. Hallo Papa, beeil dich und komm. Ich bin schon da. Hey, was ist passiert? Schau. Oh, das ist aber komisch. Stimmt etwas nicht, Kevin? Oh Baby, du kannst nicht lügen. Hier ist eine Mütze für dich. Ich glaube, es ist Zeit für dich zu gehen, Kevin. Und wir reden später weiter. Schluss jetzt. Bitte. Tu mir nur nicht weh. Oh, Papa. Entschuldigung. Ich habe meine Schlüssel vergessen. Und hier sind sie. Oh nein. Ein Monster. Ja. Oh Schreck. Schneller, folge mir. Komm schon. Okay. Wir müssen uns verstecken. Zu den Kisten. Wir müssen uns aufteilen. Okay. Hoffentlich findet er uns nicht. Sieh an, sieh an, sieh an. Wo sind sie hin? Sie müssen in einer der Kisten sein. Aber in welcher? Aha. Das war einfach. Hat er mich wirklich gerochen? Oh nein. Ja, er ist definitiv da. Ich werde mich immer an diesen Geruch erinnern. Okay, dann lass uns loslegen. Kommt schon, brenn. Es ist zu heiß. Du wirst nicht lange durchhalten. Hey, bist du noch da? Ich war schon so lange nicht mehr am Feuer. Leute, bitte like dieses Video, um das Feuer zu stoppen. Was? Aber wie? Was passiert hier? Ich wurde fast weggepustet. Danke, Leute. Und jetzt ist mir kalt. Okay, das ist meine Chance. Tschüss, tschüss. Du denkst, das ist alles? Du liegst so falsch. Auf Wiedersehen, Kevin. Wo ist er hin? Wow. Ich Glückspilz. Ich muss hier raus. Und zwar schneller. Oh, Anika. Oh, Kevin, was ist los mit dir? Oh, ist das besser? Oh, ich bin nicht angezogen. Du bist so witzig. Das ist so komisch. Du verstehst das nicht. Es ist ernst. Hör mir zu. Gabriel ist Catnap. Hast du den Verstand verloren? Okay. Dann erkläre mir, woher du das hast. Oh. Gabriel liebt Katzen, weißt du? Das ist nicht wahr. Ich werde es dir beweisen. Oh, meine Hand. Sie tut weh. Bist du verletzt? Lass mich pusten. Okay, los geht's. Du musst zu einem Arzt. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Ich sagte, lass uns gehen. Lass mich gehen. Mir geht's gut. Ah. Ah. Anika. Lass mich hier raus. Das muss ich schon selbst machen. Ich werde beweisen, dass ich nicht gelogen habe. Ich muss nur noch warten. Wow. Und da ist er. Ja, ja. Einfach wunderbar. Hab dich. Wer ist das? Fertig. Einfach perfekt. Es ist Zeit, die Blumen zu gießen. Tschüss. Tschüss. Hallo, mein Schatz. Oh. Du bist schon zu Hause? Ich muss den Schwanz verstecken. Tu das nicht. Das war's. Komm schon. Anika, schau mal. Ich habe ein Foto von ihm gemacht. Oh. Oh. Entschuldigung. Was ist das denn? Ich habe dir doch gesagt, dass er Catnap ist. Ich verstehe nicht, wovon er redet. Der spinnt doch. Kevin, wir haben genug von dir. Was ist los? Gabriel. Verlierer. Wie kannst du es wagen? Ruh. Ah. Bleib weg. Geh. Ah. So nass. Schneller. Ich komme zu dir. Er ist wieder verschwunden. Er muss hier sein. Ah. Oh nein. Baby. Ich bin ja da. Hey, Catnap. Hallo. Aua. Gefällt dir mein Helm? Haha. Aha. Das geschieht dir recht. Haha. Wer ist jetzt der Verlierer? Jetzt hat es dich definitiv erfischt. Das Foto des Gewinners. Einfach toll. Haha. Oh nein. Warte nur, ich zeige es dir. Komm her. Hey. Nur nicht das. Schluss jetzt. Ich werde dich kriegen. Annika. Ich habe eine Überraschung. Oh. Oh was. Doch nicht das. Bäh. Du verursachst immer Probleme. Kevin. Hör auf vor mir wegzulaufen. Bleib einfach weg von mir. Komm schon, Kumpel. Das war ein Scherz. Willst du einen Tee? Klar. Was ist mit Keksen? Oh, wie peinlich. Das ist okay. Ich hebe sie jetzt auf. Perfekt. Eine Fünf-Sekunden-Regel. Danke. Mir ist etwas im Hals stecken geblieben. Lass mich helfen. Komm schon. Gut. Jetzt kann ich dich überall finden. Haha. Haha. Warte doch mal. Ich bin wieder hier. Nur nicht so. Was soll ich tun? So unheimlich. Ich muss mich verstecken. Schneller. Es muss etwas zum Schutz geben. Nicht das. Und nicht das. Oh. Ein Massagegerät. Und ich habe es gesucht. Aber es ist die falsche Zeit. Ein Staubsauger? Puh. Es ist so staubig. Hatschi. Das sollte funktionieren. Komm schon. Das wird ihn auf jeden Fall aufhalten. Wir müssen erwarten. Jetzt wird er bestimmt in meine Falle tappen. Er ist da. Hey. Das war's. Sag dem Leben lebe wohl. Was? Wie hast du das gemacht? Schon wieder? Pass auf. Macht so viel Spaß. Die Hauptsache ist, dass du in Sicherheit bist. Er wird dich nie einholen. Einfach wunderbar. Was ist hier los? Ich bin schon müde. Oh. Hey. Es hat funktioniert. Wer ist jetzt der Verlierer? Erwischt. Jetzt komm mit mir. Anika, Anika, schau. Was ist das? Ist sie in den Laden gegangen? Wirklich? Ah. Mein Kopf. Kevin. Was? Wie bist du zurückgekommen? Komm her. Oh, ein Keks. Er ist so schlau. Mein Schatz. Ich habe eine Idee. Wie gefällt dir das Schnurrbart-Kätzchen? Wie kannst du es wagen, mein Foto zu ruinieren? Ah. Lass mich los. Oh. Ich werde das Mädchen herauslocken. Es ist Zeit, das zu beenden. Sie muss hier sein. Hey. Willst du spielen? Was ist hier los? Ich liebe es auf Ziele zu schießen, besonders wenn es deine Spielzeuge sind. Lass uns loslegen. Ich glaube nicht, dass es ihnen gefallen wird. Nur nicht das. Ich muss sie retten. Hat er angefangen? Ich verstehe schon. Ah. Jetzt kannst du nicht mehr entkommen. Ah. Was ist das? So bist du also umgezogen. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.